Musik 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 Hey, wie schön, dass du wieder hier heute am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Ich bin Sarah Desai und in dieser Podcast-Folge erwarten dich die elf Affirmationen für dein spirituelles Selbst. Und ich lade dich ein, dich von diesen elf kraftvollen Sätzen tragen zu lassen und du wirst merken, dass bereits beim ersten Mal Rezitieren du dein höheres Bewusstsein berühren wirst und mit jeder neuen Affirmation erweitern und schärfen wirst. Du wirst sehen, diese elf Affirmationen, die sind wie kleine Zaubersprüche, nur mit dem Unterschied, dass sie tatsächlich funktionieren. Denn sie arbeiten mit biologischen Prozessen in deinem Gehirn und richten den Fokus deines Geistes auf die Entfaltung des in dir liegenden Potenzials und die dich umgebenden Möglichkeiten. Wenn du bist so viel größer als du denkst, vertrau auf deine innere Führung. Und du kannst dir für die Praxis dieser Affirmationen jetzt einfach einen ruhigen Ort suchen, an den du dich setzt und deine Augen schließen. Du kannst aber diese Affirmationen auch beim Spazierengehen rezitieren, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und ich werde jede der elf Affirmationen dreimal wiederholen, dreimal sprechen und du kannst sie dann für dich selbst rezitieren. Ganz egal, ob als leises Flüstern in deinen Gedanken oder als wirklich gesprochenes Wort in den Raum. Es ist dein Geist, es sind deine Affirmationen, es ist dein spirituelles Selbst. Okay, lass uns beginnen. Mein Körper ist der Tempel meiner Seele. Ich finde Ruhe in mir. Und vielleicht kannst du jetzt schon wahrnehmen, wie sich dein Atem beruhigt, stabilisiert. Wie du ganz tief einatmen und vollständig ausatmen kannst und in direkter Verbindung mit dir selbst stehst. Mein Körper ist der Tempel meiner Seele. Ich finde Ruhe in mir. Ich liebe und akzeptiere alles, was ich bin, war und sein werde. Ich liebe und akzeptiere alles, was ich bin, war und sein werde. Und während du diese Worte für dich sprichst, kannst du jetzt ganz deutlich spüren, wie sich das Gefühl von Vertrauen und Frieden, wie sich das Gefühl von Vertrauen und Frieden in dir ausbreitet. Ich liebe und akzeptiere alles, was ich bin, war und sein werde. Strahlende Lebenskraft ist in mir. Strahlende Lebenskraft ist in mir. Strahlende Lebenskraft ist in mir. Ich bin ein schönes Wesen. 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 Ich bin grenzenlos. Ich bin grenzenlos. Ich bin grenzenlos. Ich bin grenzenlos. Ich bin ein geliebtes Kind des Universums. Ich bin ein geliebtes Kind des Universums. Ich bin ein geliebtes Kind des Universums. Das Universum kümmert sich um mich, jetzt und für immer. Das Universum kümmert sich um mich, jetzt und für immer. Das Universum kümmert sich um mich, jetzt und für immer. Ich bin eine einzigartige und schöne Seele. Ich bin eine einzigartige und schöne Seele. Ich bin eine einzigartige und schöne Seele. Ich werde geliebt. Ich werde geliebt. Ich werde geliebt. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Mein Geist ist klar und mein Herz ist stark. Mein Geist ist klar und mein Herz ist stark. Mein Geist ist klar und mein Herz ist stark. Und du spürst jetzt ganz deutlich, dass sich etwas verändert hat in dir. Und du spürst, dass da ein Raum entstanden ist, dass da ein Raum entstanden ist in dir. Atme einmal tief ein. Atme in diesen Raum und atme wieder aus. Und du spürst. Und du spürst, wie viel Platz da jetzt ist in dir, in deinem Körper, in deinem Geist. Dass sich da etwas Platz gemacht hat. Und das ist deine wahre Größe. Bleib gerne noch in direkter Verbindung mit diesem Teil deiner selbst. Ich verabschiede mich hier und wünsche dir noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ich verabschiede mich hier und wünsche dir noch einen wunderschönen Tagabend. Ich sende euch hier.